und willkommen vom schmelzigen Tegelbla müssen wir es doch mal machen ich hätte jetzt Lust auf das bei Daylight und ihr fragt sich wann mach mir die Story weiter hast du auch Lust? ne ne echt nicht weil ich grad die Story aufgepasst hab oh nein der Trumpführer hat die Spielersuche verlassen was jetzt? also das ist der Spielersuche wo ist denn unsere nächste Mission? Zidor, die Wege der Menschheit? Schauen wir vielleicht zu die Welt also Europa steht groß zu der Erde Scheiße, die Welt ist ja groß was ist das? ah, das ist die Map ich glaub wir müssen europäische Dings gehen ah da, Trostland müssen wir Trostland? jo Trostland Trostland ne, wir setzen mir und nehm Stadtrand und nehm... ah das meinst du ja, ich hab Trost, nehm ich ja jetzt Reise nach Trost ja und ein neues Abenteuer beginnt meine Kinder und so hab ich eure Ranciere Mutter kennengelernt halt bitte die Fresse okay halt nicht eine Güte ja 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 wieder ja erster wie ist das nett aus die flüchtlinge aus der stadt sind schlimmer wenn du ihn helfen willst findet er im k bist du bei mir ich bin gerade gelandet aber mir setzt die story fertig ich habe gerade so nahe das symbol scheint so als ob wir ziemlich zeitgleich gerade sind H wir stehen aufnahme ja Samy, hast du die Zuschauer was zu sagen, die nicht existieren? Der sagt, wir sollten Donald Trump abschaffen. Du redest schon wieder mit deinem Kater, endlich? Ja, schon wieder. Der könnte wenigstens noch ein Land anführen. Das kommt auch so gerne von dir, der in zwei russischen Wörtern sagt und danach noch ein Fisch, den du hier rein setzt. Das wird nur ein Rieger, wenn ich natt hab. Wie geht's für Stäbchen? Du bist nicht in meiner Nähe, oder? Ah, doch, da, Russen. Ich bin jetzt gespürt. Schatz, Sami! P, du rechst mich jetzt an! Das ist so eine scheiß Lage immer mit dir. Müssen wir jetzt einfach alles töten, was hier rumliegt? Ich... 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 Ich glaub, es wird erstmal zum Symbol gehen. Wo sind das? Oh, verdammt, sie sind Gegner. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Ich hab mal... ich hab mal grad mein Bein hochgebracht. Oh, da ist ja gleich ein Miniboss, ihr verarscht mich doch Gott! Wo bist du? Ich helf dir! Ich hab Bock auf Miniboss! Dieses Käpt'n. Ich helf dir! Ich helf dir! Ah, der... der verpisst dich so weit und wieder aus dem Raum rausgeht. Ich bin hinter dir! Ah, der wieder! Ah, der wieder! Ah, der wieder! Ah! Musst du einfach nur tun es besser an! Du musst einfach nur messern! Messer! Okay, das war's! Ah! Ah! Das war's! Ah! Ah! Das war's! Oh, hi! Das war's! Ah! 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 aus erhalten immer Lichtbruchstück einlösbar ob wir sagen wie ich so weit machen oder so ich hab die Armee ich kämpfe für dich ich bin erst da was schält oder so um bis wir reingang ne ich komme also wo ist das Symbol um die andere Richtung ist das rote Ding also die Kirche musst du rein oh ich muss zugeben warte ich sagst du mal kurz eine Wartung ja ja ich glaube da muss eh nur ein Informant oder so ich glaube nicht dass jetzt der Miniboss-Auto ist die Todeszone äh was ich hier das ist voll zunkel Kiste und ich habe keinen Tee den ich anbieten kann du wirst es überleben oh wenn wir seine Mission geschafft haben kriegt wir eine neue Hülle für unser Geist Event beginnt Event beginnt ist das jetzt Mission oder was da Tagespunkt 1 kontaktiere an so was haben wir jetzt eventuell ist da oben muss ich da hoch oder was ja mit dem Typen musst du ja reden ja jetzt ist und ich habe keinen Tee den ich anbieten kann du wirst es überleben ahm ich muss erst die Geisthülle als erwerben statt so ein neues Abenteuer verfügbar dann müssen wir neuen Abenteuer Gruppenprämien was Gruppenprämien Dämmerlicht-Buchstück? legendäre Bruchstücke cool ich weiß auch nicht was das ist suchst du nach etwas hast du schon eine neue Hülle angenommen was neue Hülle warte 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 Nö oh wir können unsere Dämmerlicht-Stücke auch gegen Ruf eintauschen also dafür sei es Dämmerlicht-Sachen verstehe tausend mal ja ich mache erstmal noch die Hülle auf mein Geist drauf ich glaube ich spart mir erst mit Teilhauf wie fühl ich die Quest jetzt? der nimmt mir die Quest nicht mehr äh du musst äh die Erzülle annehmen und dann ich weiß nicht was hier irgendwo ah jetzt heißt naja ups suchst du nach etwas? ich weiß nicht was wir jetzt machen meine Güte was wir jetzt machen warte du kannst was gibt's ici du standest Jahre langfache auf dem Fall du kannst zurück Ein Glimmerbergbautrupp. Erledige sie. Der Bohrer ist schratt. Wird schwierig, ohne einen Bohrer nach Glimmer zu graben. Gute Arbeit. Ach, der gut. Erstmal nur Clown. Man muss das Ding machen. Von der Power 30, wie hab ich? Oh, nicht ansatzweise. 23. 20 das ist nichts was bringen könnte da die 24 schade Prozent Justin aber erstens ich habe diese kleine Wendt mitgemacht Heizmann zweitens das nächste Abenteuer und kann man nicht mehr als sie werden was gerade war war so fast als ob es da war Prozent und oder gerade die Tür muss das hier ist glaube ich das nächste Abenteuer kommt runter ich bin unter der Kirche bei diesem Schwerz das nächste Event ja ich kann es Abenteuer starten fangen wir an in der Zentralebene hängt ein Banner sieh dir das mal an Regions-Truhe verfügt aber was war denn das? Ab nach dort ähm untersuchen ist ein Gefallenen Haus Siegel aber keines das ich kenne ich auch nicht scheint als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben kann mir vorstellen dass man da draußen viel findet wo eine Story dahinter steckt wir beide brauchen alles was wir finden können guck mal ob du in einem Gebäude ein Depot findest das was die hat sich so veranstaltet ich hab's gesehen ob er kommt ok heißt das muss Sniper Action Link ihn ab Nice Aber Ultifilien Ich hab meinen Ultifilien missbraucht Missbraucht Halt's ab Es sind immer welche von denen Ok lass die Seite die Mission weitermachen Die ist mir ein bisschen zu krass Warte ich blieb dich wieder Warte ich blieb dich wieder Warte ich blieb dich wieder Geht's von Weitem? Ne Okay Ich musste ja dir rangehen Schade 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 Ich weiss das nicht wo hier ist Wo bist denn du? Unter dir jetzt Oh ich hab ja vier Bruchstöcke Wir gehen gleich zu dem Haus wo wir hin müssen Hast du noch irgendwas in diesem großen Haus hier oder nicht? Okay dann lass uns zum nächsten Haus gehen Gehen wir jetzt noch weiter? Ja da müssen wir auch hin glaube ich Oder? Aber du machst keine V-Tramp oder? Ne äh Du bist doch hier Ja das dachte er ja auch Ich bin gerade so verwehrt So ja da müssen wir rein Geil ist ein V-Spawned Oh das ist ja eine neue Waffe Mal kann man hier unten Mal muss nachgucken Fällt mir ein Oh ne Alter da oben ist ne Kiste Alter Alter hier oben bin ich ja eh sich jetzt Kann ich immer kurz meine Waschen wechseln Ich hab ganz viel Zeug bekommen Warte du hast Sachen bekommen? Ich kann nicht öffnen Ja Alter ich hab dann schon mit nem Wert von 53 bekommen Leck mich kann ich dir nicht öffnen Ich hoffe ich hab Loot trotzdem bekommen Noch ne Helm Cool Und ich hab dann ne Waffe bekommen Ach verdammt dieses Level 5 54 Krassiker Cool Gebt mir jetzt scheiß Loot Was geht bei mir ab? Der will mir den Loot nicht geben Der mir zusteht Ok was soll ich jetzt machen? Kunde die Kirche Ok Kunde ok Das ist wieder ein Event oder? Ne das ist immer auch ein neues Grenzland Schade Ach hier Ach hier Noch ein Symbol Oh hier Weißt du woher das Symbol stammt? Er hat sie abgeschlossen Stattjäger haben sie hier aufgemalt Als sie die Gegend ausgespäht haben Wollten wohl etwas besonderes markieren Oder etwas gefährliches Oder beides Sehen wir mal nach Ich bin schon im Tunnel Ich bin schon im Tunnel Ich bin schon im Tunnel Ach was Leck weg Halt auf Wer weiß schon was da unten lauert Seid vorsichtig Oh verdammt Gegner Ne ich glaub wir sind nicht auf der echten Ebene überhaupt Nein jetzt geht immer tiefer Okay das ist schon mal keine Monster Aber vorne bist du Warte mal auf mich Warte Warte Lass glas kaputt gehen Halt über die Sicherheitsglas Keine auch ganz Wetter Hab ich so nach Kisten Keine gute Idee Auf den Fass zu schießen Ich kann nicht den Ernst jetzt Tief Die Idee Ich hab die Macht Ich hab die Macht Ich habe die Macht Wer die Oh da ist Euste das Bus Ja es sich auch Da umst die Kisten hinbegin Ich hab auch die Macht Ich hab 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 die Macht Ich habe die Macht Ich kann sicher dieses Depot öffnen Hier ist ne Kiste Ja gleich. Ja eine Waffe! Oh mein Gott, ich hätt mich! Kannst du mich wiederbeleben? Nee, wenn du erst die Kiste looten wirst, das ist nicht mein Problem. Oh leck mich. Warte, was war jetzt die nächste Quest? Oh ne, ich geh erstmal... Hä, wo mich der jetzt gelandet? Achso. Ich glaube, was hat die Kiste für mich. Oh, Waffe! Siehe, Skorpion 1R und noch ein Brustschutz. Cool. Oh nein, da lag heute noch was. Ähm, noch ne Plünderanzug, KM. Ja, ich hab ein Brustschutz. Oh, 53 Rüstung. Cool. Ja, ich guck mal auf, was ich anziehen kann. Das ist ne gute Idee, was du da machst. Spezialwaffe, Siehe, Skorpion 1R. Oh, die ist geil. Oh, das ist ein geiles Gewehr. Oh leil. Alle bist hier oben. Ja, ich mach grad Ausrüstung anziehen. So, warte, ich muss meine Punkte verteilen. Huhu! Okay, ich hab jetzt 32 insgesamt Schaden. Äh, was? Keine Spezialmunition? Das ist doch keine Spezialwaffe. Die müssen wir jetzt eigentlich tun. Das ist die Spezialwaffe. So, ähm. Ähm, müssen wir jetzt hier lang? Ja, ich glaub schon. Oh, die ist ja cool. Was hast du denn für ne Waffe? Das Problem ist, ich kann meine nicht ausprobieren, weil leer ist. Gewehr. Ich hab eine Schrottflitte gekriegt. Ich hab ein Sturmgewehr bekommen. Ja, ich kann meine nicht abfeuern, weil ich keine Beziehung ab. Das ist schön. Ich glaub, müssen wir hier lang? Ich bin mir sicher. Oh! Wo sind wir hier? Oh, da liegt doch was. Oh. Brauchst du ein paar Hunde-Futter-Dosen? Stimmt. Ja, wo ist denn unser Ziel? Ah, das ist da oben wieder, ja. Ja. Ab zur Kirche. Oh, es ist hell geworden draußen. Oh. Ein Hoch auf die Kirche. Na toll. Ich gleite einfach hoch, ich hab keinen Bock die Dinger zu laufen. Wo ist der Typ? Ach so, da war ja. Da war folgt Tag. Tja. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht. Komm, komm, sie sind getrunken. Ich nehme einfach mal. Wo kriegt man die Legale an Brustücke her? Die was? Die Legale an Brustücke? Vielleicht bisschen später, weil die Waffe sind erst nach der 16. Nein, ich mach erst mal meinen Ruf. Ja. Ja, wollte ich eigentlich auch gerade machen, aber ich bin rausgeklappt. Europäisch Toast-Zone, schön. So, normal sprechend. Suchst du nach etwas? Ja, bitte. Gehen wir zum Event oder zur Mission? Warte ich kurz? Gehen wir zum Abenteuer? Und ich gleite, juhu! Also, es gibt einmal Abenteuer, einmal Mission, einmal Event. Ich hätte echt Event gesagt. Ja, wo ist das Event? Keine Ahnung. Ja, deshalb. Jetzt machen wir erstmal die Mission nach dem Event. Wenn es alles gibt. Siehst du? Warte, viel mehr Spaß hat als mein Highlight. Oh nein, ich glaube ich mache jetzt hier erstmal Cut via rein. Und bis zur nächsten Folge. Und ich weite, die Folge sind jetzt 15 Minuten lang. Aber ich denke, es ist 3 Minuten Vorgang, aber passiert. Nächste Folge! Ja, suite! Böse dreaming. Ruhige, zwei es 할게요, hier ist es, tieron. Alter, athlet in Alright, ist es gerade halt so schnell in Honey, manifestation commercials.